Ein Schwimmlehrer ist dafür verantwortlich, Kindern das Schwimmen beizubringen. Kinder in den Niederlanden können ab vier Jahren Schwimmen lernen, indem sie Schwimmunterricht nehmen. Schwimmunterricht in den Niederlanden erhalten etwa 30% aller Schulkinder bis zur Grundschule. Kinder, die zum ersten Mal Schwimmunterricht erhalten, werden zunächst in einem flachen Becken an das Wasser herangeführt. Wenn Kinder an das Wasser gewöhnt sind, werden sie in einem anderen Pool unterrichtet, bis sie selbstständig schwimmen können. Wenn Kinder selbstständig schwimmen können, müssen sie für das A-Diplom schwimmen. Nach Erhalt des A-Diploms können die Kinder weiterhin das B-Diplom und das C-Diplom erwerben. Ein qualifizierter Schwimmlehrer für alle Niveaus wird auch als Allround-Schwimmbadmitarbeiter bezeichnet. Allround-Schwimmbadmitarbeiter werden für alle gängigen Aktivitäten innerhalb von Schwimmbädern eingesetzt, wie das Schwimmen für Kinder aller Niveaus, die Betreuung und Führung bestimmter Zielgruppen. Schwimmen lernen in einem frühen Alter ist wichtig, damit Kinder Wasser auf sichere Weise genießen können. Die meisten Kinder erhalten früh Schwimmunterricht und erlernen die notwendigen Fähigkeiten. Im Tiefenbecken lernen die Kinder selbstständig schwimmen durch alle Arten von Übungen, wie Schwimmen unter Wasser, Beinschlag, Schwimmen und Wassertreten. Wenn Kinder gut genug schwimmen können, können sie schwimmen, woraufhin sie ein Diplom erhalten. In alten Becken fällt der Boden allmählich tiefer ab, sodass sich die Kinder an die verschiedenen Tiefen gewöhnen können. In neuen Becken ist der Boden meist flach und höhenverstellbar, sodass sich die Kinder an die unterschiedlichen Tiefen gewöhnen können. Ein Schwimmlehrer kann unterschiedliche Qualifikationen haben und somit auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Als Schwimmlehrer ist es auch wichtig, dass sie didaktische Fähigkeiten haben. Musik 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 Musik